Hey lieben Brixis und willkommen heute zu einem ganz besonderen Video und eines auf was ihr schon sehr sehr lange gewartet habt und zwar meine Lego Star Wars Brixis. Ihr kennt ja wahrscheinlich meinen Brixi, das ist das Muskottchen meines Kanals, also quasi ein 2x4 Stein in diesem wunderbaren Dark Ten. Und er hat sich ja in der Vergangenheit schon ziemlich oft verkleidet in Kostümen, Verkleidungen, wie auch immer. Und heute ist es tatsächlich so, dass er sich in ganz ganz viele Star Wars Kostüme quetscht. Und diese Star Wars Kostüme wollen wir uns alle heute mal anschauen und ich meine, ich hätte die auch einfach so zeigen können, aber ich dachte es ist viel spannender, wenn wir uns das Ganze mal als Blindbags angucken. Und deswegen haben wir heute einen ganzen Haufen mit Blindbags und gucken da mal rein. Und jedes dieser Blindbags enthält tatsächlich einen komplett anderen Star Wars Charakter in Brixi Form. Und nur damit ich es am Anfang gleich gesagt habe, ihr könnt diese Star Wars Charaktere leider nicht kaufen. Ich werde sie auch niemals verkaufen und ihr werdet auch diese Blindbags nicht kaufen können, weil es einfach nicht erlaubt ist. Ich muss auch an der Stelle nochmal darauf hinweisen, es handelt sich hierbei um kein originales Lego Star Wars Produkt. Ich muss das sagen, weil sonst habe ich irgendwie lizenzrechtliche Probleme. Und ihr könnt die aus dem Grund leider auch nicht kaufen, weil ich die aus lizenztechnischen Gründen wegen Star Wars und wegen Lego einfach nicht verkaufen darf. Und damit packen wir natürlich auch schon den ersten Star Wars Charakter der Brixis aus. Und ich bin mega gespannt, wer denn eigentlich hier drin ist. Ihr müsst im Kopf behalten, es ist natürlich immer eine Annäherung an die Figur. Ich habe natürlich jetzt nicht jede Figur auch wirklich komplett 100% treffen können. Aber ich denke mal, die Ähnlichkeit wird verblüffend sein. In dem Fall haben wir hier den guten Han Solo mit seiner Pistole in der Hand und dem kleinen Gürtel hier unten. Ich denke, der ist definitiv erkennbar und gehört tatsächlich auch zu meinen Lieblingscharakteren. Es hat allerdings eine andere Bedeutung noch, beziehungsweise es gibt noch einen Charakter, der perfekt dazu passt. Und der ist tatsächlich mein Lieblingscharakter. Also, Brixi Nummer 1 ist ausgepackt. Wir machen weiter mit dem zweiten Pack. Und ich kann ja immer schon so ein bisschen reinfühlen. In dem Fall habe ich allerdings auch überhaupt keine Ahnung, wer denn hier drin sein kann. Und wir werden das nächste Pack mal auspacken. Und ich glaube, dass, wenn ich mich nicht verfühlt habe, ist ein Charakter, den ihr auch schon kennen könntet. Ja, genau. Nämlich den Hoth Rebel Trooper. Den habe ich hier in ein paar Videos auch schon mal gezeigt. Da war er schon mal so ein bisschen im Hintergrund drin. Aber er ist eben noch nicht so bekannt wie sonst. Aber ja, eine nette Figur auch auf jeden Fall. Und den habe ich tatsächlich spontan gebaut, als ich eins der Lego Star Wars Sets aus Januar 2022 vorgestellt habe. Einfach, weil der so perfekt in die Szene gepasst hat. Damit geht es auch schon weiter mit dem nächsten Lego Pack oder dem nächsten Lego Star Wars Brixi. Und ich bin gespannt, wer denn hier so drin sein kann. Ob es jetzt wieder eine Figur ist, die ihr vielleicht schon kennt, wie den Luke Skywalker zum Beispiel. Oder eine Figur, die eben noch nicht bekannt ist. Und es ist auf jeden Fall mit einem weißen versehen. Okay, es ist die gute Leia natürlich mit ihren Zöpfen hier an der Seite. Ich finde sie super, super cool. Und die passen natürlich auch perfekt zu unserem Han Solo. Also klar, natürlich, die beiden gehen nur im Doppelpack. Natürlich gehört aber jetzt noch eine dritte Figur dazu. Und die muss ich hoffentlich gleich auch nochmal ziehen. Die wird irgendwo hier drin sein. Aber ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis wir die dann tatsächlich gefunden haben. Damit machen wir uns ans nächste Pack. Nämlich das Pack Nummer 4. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben jedes Pack nur ein einziges Mal. Das heißt, wir werden hier auch keine Doppelten rausziehen können. Sondern es wird jedes Pack irgendwie etwas enthalten, was wir noch nicht kennen. Und in dem Fall haben wir... No way! Es ist tatsächlich die Figur, die ich meinte. Und zwar den Han Solo in Carbonit. Und das ist meine absolute Lieblingsfigur. Ich feiere diesen Han Solo in Carbonit. Einfach auch die beiden nebeneinander zu sehen. Finde ich fantastisch. Natürlich kann man ihn sowohl so als auch hochkant dann hinstellen, wie man es gerne möchte. Aber die beiden zusammen im Regal sehen einfach fantastisch aus. Ich will an der Stelle natürlich nochmal sagen, es ist auf jeden Fall erlaubt, die Dinger nachzubauen. Das ist gar kein Problem. Ich darf nur kein Geld damit verdienen oder die irgendwie dann weitergeben oder wie auch immer. Ihr dürft euch gerne hier auf Pause drücken und die Dinger nachbauen, wie ihr möchtet. Ich freue mich natürlich, wenn jemand das tut. Und wenn sie euch so weit gefallen, dass ihr das eben macht. Und ich sehe schon, wir haben jemanden mit einem blauen Lichtschwert mit dabei. Und es sieht aus wie der gute Luke Skywalker vom Planeten Hoth. Er passt natürlich auch relativ gut dazu. Aber zumindest diese beiden hier, die passen natürlich sehr, sehr gut zusammen. Deswegen hier ist der gute Luke Skywalker. Ich halte sie jetzt immer nochmal ein bisschen extra in die Kamera, falls ihr die Dinger eben dann doch nachbauen wollt. Und wir haben hier unten die gleichen Teile, die wir auch schon bei dem Hansone und Carbonit haben. Das heißt, wenn ihr beide bauen wollt, braucht ihr zumindest eine relativ mittelgroße Anzahl von diesem einen Teil. Die Anzahl der Packungen schwindet. Dafür freue ich mich umso mehr, was für tolle Charaktere hier noch drin sein können. Und wir öffnen mal das nächste Blind Bag und holen heraus wieder einen Charakter mit Lichtschwert. Wir werden sehen. Nee, okay, wir haben ja ein paar blaue Flammen, beziehungsweise blaue Wasser, wie auch immer. Und ich weiß natürlich schon, um wen es sich handelt. Aber ihr seht es jetzt natürlich auch. Wir haben den Imperator Palpatine. Und die Flammen sind tatsächlich einfach seine Lichtblitze, die man ihm so in die Hand gibt. Und die er dann von sich schießen kann. Ich finde, das sieht so fantastisch aus. Und es passt einfach perfekt zu ihm. Das war ein bisschen schwierig, hier seinen Umhang zu machen. Aber ich glaube, es ist mir relativ gut gelungen. Und seine fiesen, fiesen Augen hier vorne, die machen ihn einfach zum ultimativen Imperator. Pack Nummer 7. Und wir hatten bisher noch keine Doppelten. Das ist natürlich sehr überraschend. Wie gesagt, wir haben hier sehr, sehr viele Doppelte mit drin. Und hier haben wir wieder ein Lichtschwert, nämlich ein blaues in dem Fall. Und braune Haare. Wer kann das denn sein? Wir holen ihn einmal raus. Und es sieht aus wie der Obi-Wan Kenobi aus Episode 3. Er hat natürlich seinen wunderbaren Bart mit dabei. Und ich freue mich genau wie ihr natürlich auch auf die Serie Obi-Wan Kenobi. Und da würde er ja ähnlich aussehen zumindest oder in die Richtung gehen. Deswegen musste der natürlich sein. Und ich freue mich riesig, dass er so cool geworden ist. Er hat allerdings noch einen Gegenspieler. Und den werden wir hoffentlich gleich auch noch irgendwo in einem dieser Packs ziehen. Okay, ja, was rede ich eigentlich? Ich habe sie selber eingepackt. Aber die Spannung wollen wir ja trotzdem halten. Also vielleicht ist er hier drin. Also ganz vielleicht. Wir wissen es natürlich überhaupt nicht. Und hier kommt auch schon das Pack Nummer 8. Und oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist natürlich einer der besten Charaktere überhaupt. Nämlich der gute Yoda. Er sieht so niedlich aus. Er ist kleiner als die anderen Brixis. Also nur noch 3 Stats hoch statt 4. Also hier können wir immer den Luke nebeneinander sehen. Und er hat die gleiche Farbe wie mein normaler Brixi. Was natürlich auch perfekt zum Yoda selbst passt. Das habe ich hier mit Brackets gelöst. Also da einfach ein paar Slopes an die Seite. Und dann haben wir hier unseren unfassbar ikonischen Yoda in der Hand. Es sind immer noch ein Haufen an Packs übrig. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten. Und gucken mal rein, welcher Charakter denn hier so drin sein kann. Er hat wieder kein Lichtschwert in der Hand. Der oder die Charaktere in. Und wir kippen auch diese Figur einmal aus. Und schauen mal rein. Oh, wir haben wieder eine Version von Leia tatsächlich. Und bei der bin ich mir echt nicht sicher, wie Leute darauf reagieren. Weil die Slave Leia ist natürlich eingestellt worden. Und sie wurde nicht mehr produziert. Seit langem schon nicht mehr. Ich finde das persönlich sehr, sehr schade. Ich fand die Figur sehr ikonisch. Und deswegen habe ich sie eben auch als Brixie nachbauen wollen. Aber es ist natürlich auch eine Sache, die viele Leute irgendwie nicht gut fanden. Wie auch immer. Ich fand sie immer klasse und wollte sie auch gerne bei mir in der Sammlung haben. Deswegen existiert natürlich auch eine Brixie-Version davon. Pack Nummer 10. Wir sind schon relativ weit gekommen. Und ich kann zumindest hier reinfühlen, dass wir hier schon wieder keine Figur mit einem Lichtschwert haben. Also wir haben ja einige Figuren auf jeden Fall in dieser Serie mit einem Lichtschwert. Das hier ist dann in dem Fall aber keine. Und ich kann schon erkennen, dass es sich hier um einen gelben Charakter handelt. Und da muss ich dazu sagen, dass ich eigentlich diese Figur in Gold machen wollte. Also in Chromgold. Dann wäre sie deutlich, deutlich cooler und spannender. Ihr müsst aber wissen, dass ein 2x4-Stein-Original von Lego verchromt ungefähr 20 bis 30 Euro kostet. Weil der nur in ein oder zwei Sets mal vor 10 Jahren drin war. Und deswegen wollte ich mir das nicht nur für dieses Video leisten. Ich werde da irgendwann nochmal rankommen oder mir so einen Custom-Stein kaufen, der Original-Lego dann extern verchromt ist. Aber das wollte ich heute für das Video nicht machen. Das war es mir nicht wert. Sondern da habe ich jetzt einfach einen gelben genommen. Und ja, ich muss sagen, der sieht trotzdem ziemlich cool aus. Natürlich nicht ganz so gut wie eine Chromgold-Variante. Also ihr seht schon, es handelt sich hierbei um C3PO. Und ich konnte ihn nicht anders machen. Es gibt kein anderes Mittel, was ihn so gut darstellt wie seine gelbe Farbe. Und deswegen habe ich ihn einfach so dargestellt. Ich weiß, Goldchrom wäre noch viel, viel cooler gewesen. Und ihr wisst ja schon, dass es einen C3PO gibt, heißt natürlich auch, dass ein R2-D2 nicht so ganz weit sein kann. Den haben wir allerdings hier nicht drin, weil ich fühle schon mal ein Lichtschwert. Aber es sind auch noch einige Lichtschwert-Charaktere übrig. Unter anderem Luke Skywalker, der hier natürlich auch noch drin steckt. Und hier haben wir tatsächlich einen blauen, also ein blaues Lichtschwert wieder mit dabei. Ich glaube, wir haben bisher nur blaue Lichtschwerte. Sehr interessant. Und das ist tatsächlich passend dazu, was wir eben schon hatten. Das ist nämlich Anakin Skywalker. Und ich gebe zu, er ist nicht 100% erkennbar, aber er hat einfach keine, ja, wirklichen filmischen Mittel, die ihn zu einem guten Luke Skywalker, äh, Anakin Skywalker machen. Deswegen, es ist okay. Er sieht ungefähr so aus wie Anakin Skywalker. Und vor allem, wenn man die beiden zusammenstellt, dann erkennt man auf jeden Fall das ikonische Duo. Damit kommen wir zu Pack Nummer 12. Und auch hier ist wieder irgendeine Art von Lichtschwert drin. Ich weiß aber nicht, das wirkt ziemlich hoch. Es könnte auch sein, dass es ein bestimmter Charakter ist, der eben ein größeres Lichtschwert hat als so ein paar andere Leute. Und ich glaube tatsächlich, dass ich recht habe. Hier ist nämlich der gute Darth Maul drin. Und ganz ehrlich, der ist super, super cool geworden. Ich muss zugeben, der sieht fantastisch aus. Und gerade nur mit seinem Lichtschwert in der Hand ist er absolut erkennbar. Hier oben die paar Hörnchen oben drauf, das kleine rote und schwarze Gesicht hier unten. Die Figur sieht einfach richtig, richtig klasse aus. Damit sind es auch schon nur noch neun Packs, die wir auspacken können. Und wir machen mal uns an das neuntletzte oder wie auch immer oder an das dreizehnte Pack, was wir auspacken. Und gucken mal rein, wer hier denn drin ist. Und das ist in dem Fall der gute Obi-Wan Kenobi in Alt. Wir können schon sehen, es gibt ein paar Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel die Augen haben sich über die Zeit eben nicht so weit verändert. Aber seine Haare sind grau geworden. Sein Lichtschwert ist auch älter. Also ihr könnt schon sehen, dass einiges passiert mit dem Charakter. Das, was wir eben dann auch sehen werden in der Show selbst. Und deswegen stellen wir den auch mal mit hier hin und machen weiter mit dem nächsten Pack. Und gucken mal rein, wer da denn drin ist. Hier ist irgendetwas sehr, sehr Großes drin. Also das wird auch ziemlich fantastisch. Ich muss ja auch dazu sagen, wir haben hier Darth Maul. Und da fehlen noch ein paar Charaktere aus der Episode 1. Also da könnte bestimmt noch ein bisschen was passieren. Und hier haben wir wahrscheinlich einen der Charaktere drin. Es ist tatsächlich einer der Charaktere. Nämlich die gute Partner Amidala aus Episode 1 in ihrem wunderbar ikonischen Kleid. Ich liebe dieses Kleid bis heute sowohl in der Minifigurenform, als auch wenn sie es selbst trägt im Film. Und deswegen musste ich unbedingt diese Figur natürlich auch nachbauen. Weiter geht's. Wir haben noch sieben Packs, die wir öffnen können. Hier ist dann in dem Fall das 12, 13, 14, 15. Pack, was wir hier auspacken. Und wir schauen mal rein, wer kann es denn diesmal sein. Ich fühle zumindest schon mal ein Lichtschwert, was hier auf jeden Fall mit drin ist. Und wir haben noch ein paar Charaktere, die auf jeden Fall ein Lichtschwert mit dabei haben. Dieses Lichtschwert in dem Fall ist grün. Also es könnte zum Beispiel unser Luke Skywalker sein. Ich glaube in dem Fall allerdings an jemanden anders. Und ich hatte tatsächlich recht. Das ist nämlich der gute Qui-Gon Jinn aus Episode 1. Passend perfekt zu unserem Darth Maul. Also die beiden, die duellieren sich natürlich dann. Wie könnte es anders sein? Und jetzt gibt es natürlich noch einen weiteren Charakter aus der Episode 1, die wir auf jeden Fall ziehen müssen. Sechs Packs sind es noch. Und wir werden einmal das sechstletzte Pack hier auspacken. Ich mache mir aber auch selbst hier die Zungenbrecher zurecht. Und das hier ist, na gut, in dem Fall haben wir wirklich den Luke Skywalker. Ich habe ihn ja eben schon reingezeigt, also ich habe den auch mehrfach. Der ist einfach viel zu cool und viel zu ikonisch, um ihn nur einmal hier zu haben oder bei mir irgendwo stehen zu haben. Und ich finde diese Figur richtig, richtig cool. Und wenn ihr euch noch nur irgendeine von diesen Figuren nachbauen wollt, dann würde ich euch empfehlen, macht es mit dem Luke Skywalker. Und damit sind auch nur noch fünf Packs übrig und diese fünf sind aber auch wirklich wahre Wunderwerke. Ich freue mich riesig drauf, was hier noch alles so cooles drin sein kann, weil natürlich einige Figuren noch nicht vorgekommen sind. Unter anderem diese Figur, ich habe sie ja eben schon so ein bisschen geteased mit Darth Maul und dem guten Qui-Gon Jinn. Hier ist natürlich der junge Obi-Wan Kenobi. Auch der ist definitiv erkennbar, denke ich mal, vor allem mit seinem seltsamen orangen Haar damals. Den Padawans Haupt habe ich jetzt nicht noch nachmachen können, aber gerade wenn wir eben genau diese drei Figuren nebeneinander stellen, dann sieht das einfach fantastisch aus. Und die drei im Regal sind absolut erkennbar. Nur noch vier Packs, die uns verbleiben und damit natürlich auch nur vier Charaktere, die jetzt noch dazu kommen können. Ich weiß, der Monk in einem sagt einem schon, das wird keine gerade Anzahl hier sein, aber da müssen sie einfach ein bisschen anders aufreihen. Das kann ich jetzt leider auch nichts machen. Und in dem Fall haben wir hier keine Figur von einem Jedi drin. Also ich fühle auf jeden Fall kein Lichtschwert. Das darf natürlich auf keinen Fall sein. Wie kann ich es wagen? Hier holen wir jetzt auf jeden Fall den nächsten Charakter raus. Oh mein Gott, das ist auch einer meiner absoluten Favoriten. Passt natürlich perfekt zu unserem C3PO hier drüben, nämlich R2-D2. Ich finde, der ist mir so unfassbar gut gelungen. Also ich will mich ja nicht selbst loben, aber der sieht super, super niedlich aus. Und die beiden zusammen sind dann natürlich auch das ultimative Duo. Und dann erkennt man C3PO auch gleich viel, viel besser. Damit sind es auch nur noch wenige Packs, die wir auspacken können. Und ich fühle hier auf jeden Fall schon wieder ein Lichtschwert drin. Und auch dieses Pack werden wir natürlich einmal öffnen. Ich kann die Spannung ja nicht über mich ergehen lassen hier, ohne das Ding dann auch aufzubauen. Wir haben ein rotes Lichtschwert hier mit dabei. Und ich glaube tatsächlich, diesen Charakter habe ich auch schon ein einziges Mal gezeigt. Mehr tatsächlich auch nicht. Und ihr könnt euch schon denken, wer es denn eigentlich ist, nämlich der gute Darth Vader. Er darf nicht fehlen. Come on, es kann keine Brixie-Star-Wars-Serie geben ohne einen Darth Vader. Der darf einfach überhaupt nicht fehlen. Dieses Ding ist fantastisch. Und er ist auch relativ einfach gehalten, natürlich. Aber er braucht auch nicht viel. Vor allem ist natürlich wichtig, sein Dreieck hier oben im Mund oder als Mund. Und das habe ich hier, glaube ich, relativ gut getroffen. Sein Lichtschwert muss dabei sein, sonst erkennt man ihn nicht. Aber sonst ist es einfach eine sehr, sehr coole Figur. Und ich bin froh, dass ich sie eben hier dann auch mit in der Sammlung habe. Jetzt steigt natürlich die Spannung. Welches sind die letzten beiden Star-Wars-Charaktere, die wir hier noch mit drin haben in Brixie-Form? Also welches sind die letzten beiden Charaktere, die wir bis jetzt zumindest sehen werden? Vielleicht mache ich mich auch mal dran und mache eine zweite Serie davon. Ich weiß es nicht. So viele Charaktere gibt es dann aber, glaube ich, nicht mehr, die so wirklich ikonisch sind. Und diesmal haben wir wieder ein Lichtschwert mit dabei. Weiße Haare. Die meisten haben sich jetzt wahrscheinlich schon ihren Teil gedacht, wer es denn hier sein kann. Natürlich ist es der gute Count Dooku aus Episode 2. Eine spätere Episode würde er auch nicht überleben. Aber das hier ist wirklich auch eine, ich glaube, relativ ikonische Figur. Ich habe natürlich sein Lichtschwert nicht nutzen können, weil ich es nicht habe, leider. Und ich wollte jetzt auch nicht als einzigen so ein Chrom-Lichtschwert reinpacken. Ich glaube, ich habe das auch nur in abgefranster Version von irgendwo aus einer Lego-Kiste mal. Deswegen habe ich mich hier für eine normale Lichtschwert-Version entschieden. Aber ich glaube, alleine durch diesen Streifen hier vorne und durch seine weißen Haare und vor allem das braune Cape hier hinten ist auch die Figur, denke ich mal, ziemlich erkennbar. Und damit kommen wir zur letzten Figur und auch einer Figur, die ich glaube, ich tatsächlich irgendwo schon mal gezeigt habe. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher und deswegen wollen wir natürlich auch dieses letzte Pack jetzt einmal öffnen und reinschauen, wer denn hier drin sein kann. Ich kann schon mal teasen, es ist nicht nur ein Lichtschwert enthalten, sondern gleich zwei. Und jetzt kann sich wahrscheinlich schon der ein oder andere denken, um welche Figur es sich handelt, nämlich um die gute Ahsoka Tano. Und auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Figur ziemlich, ziemlich cool. Und das hier, genau wie der Rebel Trooper hier hinten, ist tatsächlich eine der einzigen Figuren, die ich nicht im Lego Stud.io oder Stud.io Designer gebastelt habe, also online bzw. auf dem PC, sondern die habe ich tatsächlich physisch zuerst gebaut und dann erst in dem Stud.io eingepflegt oder in das Stud.io und den hier eben auch. Also die beiden habe ich spontan gebaut, weil ich eben den Brickheads von dieser Figur, von der Ahsoka Tano Figur so cool fand und unbedingt eine Bricksie Version davon haben wollte. Und deswegen existiert genau diese Ahsoka Tano, sonst hätte ich sie eben nicht gehabt. Und das ist ziemlich fantastisch. Ich glaube, auch die ist mir relativ gut gelungen. Die Seitententakel bin ich mir noch nicht zu 100% sicher, wie gut die mir gefallen. Aber das Ding ist, man kann es einfach nicht besser machen. Und deswegen war das hier, glaube ich, die beste Art und Weise, wie man eine Ahsoka Tano hätte darstellen können. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, welches euer Lieblings-Lego-Star-Wars-Brixie ist und welchen ihr euch definitiv zu Hause nachbauen wollt. Ich habe ja meine Lieblinge schon so ein bisschen geteased oder gesagt, es ist auf jeden Fall der Han Solo in Karbonit hier hinten. Natürlich auch der Yoda, der darf einfach nicht fehlen. Und der R2-D2 hier vorne, der sieht einfach fantastisch aus. Schreibt mir aber, wie gesagt, eure auch gerne unten in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, welche hier am besten ankommen. Und schreibt mir vor allem auch gerne eure Vorschläge für weitere Bricksies, die ich vielleicht übersehen habe in die Kommentare. Und die werde ich dann vielleicht irgendwann für eine zweite Serie der Lego-Star-Wars-Brixies nochmal aufnehmen. Falls euch interessiert, wo ich die ganzen Teile eigentlich gekauft habe, dann schaut euch gerne dieses Haul-Video hier an. Da habe ich nämlich nicht nur die Teile ausgepackt, sondern auch ganz, ganz viele andere Lego-Star-Wars-Sets. Also das wird euch definitiv interessieren, was da so drin war in diesem Haul-Video. Und ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.